Du solltest stolz sein, Neville. Stolz. Sie haben ihre Gesundheit und ihren Verstand nicht geopfert, damit ihr einziger Sohn sich für sie schämt. Verstehst du? Das war ein Zitat über Frank und Alice Longbottom. Hi, ich bin Amber. Und ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche. Und heute auf unserer Schokofroschkarte sind Frank und Alice Longbottom. Und ich habe mir wirklich schwer getan, herauszufinden, wann sie geboren sind. Deshalb glaube ich, sie sind Ende der 50er in England oder Irland geboren. Und vielleicht ist Alice auch ein paar Jahre jünger als Frank. Ja, wir kennen sie als Ordensmitglieder im Ersten Krieg und als Eltern von Neville. Frank ist ein englisches Adjektiv und bedeutet aufrichtig oder wahrheitsgemäß. Alice kommt vom germanischen Namen Adalheides. Klar. Klassischer, also den kennen wir alle, diesen Namen. Wobei Adal natürlich vom Adeligen kommt und Heid bedeutet Typ, also quasi vom Adeligen Typ. Und Longbottom bedeutet wortwörtlich langer Boden oder langer Grund. Wird aber häufig auch als Beleidigung verwendet, quasi als Lahmarsch, so wie das ja auch im ersten Teil fälschlicherweise mal übersetzt wird. Mhm. Die hat ihr aus dem Gesicht geschnitten, also die sehen sich super ähnlich. Aber als Harry dann Alice trifft, bemerkt man natürlich, dass der Angriff der Todesser Spuren hinterlassen hat. Und ihr Gesicht ist jetzt nicht mehr so rundlich, sondern eher schmal und eingefallen. Ihre Augen erscheinen übergroß und ihr Haar ist weiß geworden und dünn und auch stumpf. Und sie trägt da einen Morgenmantel, vermutlich, weil es da im Mungus einfach praktischer ist. Und sie spricht nicht, entweder weil sie nicht will, kann oder weil es zu mühevoll ist. Also können wir jetzt auch nichts über ihre Stimme sagen. Ja, es ist eine gute Frage. Ich habe mich das auch gefragt, ob die nicht sprechen können oder ob es irgendwie, also manchmal ist es ja auch so, dass Alzheimer-Patienten irgendwann nicht mehr viel sprechen, weil sie immer so eine Angst haben, was falsch zu sagen und was durcheinander zu bringen und so. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sie in ihrem Verstand so weit zurückgeworfen wurde, dass sie gar nicht mehr in der Lage ist, grammatikalische Sätze zu formulieren. Vielleicht hat sie auch Wörter vergessen, also das einfach verlernt quasi, sodass ich mir vorstellen kann, dass sie so Laute machen kann. Also ich denke, dass sie auf sich aufmerksam machen kann, aber ich glaube nicht, dass da große Sätze sind. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse nicht aussprechen kann, sodass also eine Kommunikation eigentlich nicht möglich ist. Ich stelle es mir mal so ein bisschen so vor, dass sie schon so Ja und Nein sagen kann. Also wenn die jetzt zum Beispiel sagen, Alice, hast du noch Hunger? Dass sie dann irgendwie so sagt Ja oder Nein. Und vielleicht kann sie ja auch so durch ein, zwei Wörter irgendwie ihre Wünsche äußern. Zum Beispiel, wenn sie irgendwie sagt Hunger oder so oder Toilette, keine Ahnung, dass man so halt dann irgendwie weiß, was sie gerade braucht. Ja, aber vielleicht das auch nur mit so jahrelanger Übung. Ja, genau, das kam dann erst mit der Zeit wieder. Dass das so direkt nach dem Angriff eben auch gar nicht möglich war. Ich glaube auch, dass die direkt nach dem Angriff komplett so komatös waren, dass die bis die erst mal erwacht sind wieder, dass das auch eine Weile gedauert hat. Wahrscheinlich, ja. Ja, auf jeden Fall sehr traurig. Ihren Zauberstab kennen wir leider nicht. Und bei den Patroni habe ich mir überlegt, dass es bei Frank vielleicht ein Eichhörnchen ist. Die stehen nämlich dafür, dass Streit in der Luft liegt und es zu Auseinandersetzungen kommt. Und ich würde sagen, so als Auroa kann das schon mal vorkommen. Aber Eichhörnchen sind aber auch gleichzeitig wirklich süß. Ja, und? Man kann doch auch einen süßen Patronus haben. Ja, deswegen. Ich finde das voll gut. Ja. Das war positiv gemeint. Genau. Und sie sind ja auch eigentlich lieb und intelligent normalerweise. Also finde ich eigentlich passend. Ja, ich finde es auch total schwer. Ich habe an irgendwelche sanften Tiere versucht zu denken, aber die vielleicht trotzdem nicht so ganz ungefährlich sind, so wie du das jetzt auch gesagt hattest. Zum Beispiel habe ich irgendwie erst an Wale gedacht. Oder vielleicht auch Pferde oder so. Wobei ich aber diese Wassertiere eigentlich immer ganz interessant finde, weil es die sehr selten gibt, habe ich so den Eindruck. Ja, das stimmt. Wobei, ich glaube, bei Pottermore haben total viele so einen Goldfisch oder so. Oder einen Lachs oder Forelle oder irgendwas. Und kriegen da ganz viele. Ja, habe ich jetzt schon mal gehört. Ja, genau. Aber so ein Wal finde ich schon cool. Also ich habe mir für Alice auch was anderes überlegt als für Frank. Für Alice habe ich mir überlegt, dass es vielleicht ein Eisvogel ist. Die stehen nämlich für Wendungen. Also ich habe das so schamanische Tierzeug da mal ein bisschen durchforstet. Und ich würde sagen, dass das Leben von Alice eine krasse Wendung angenommen hat. Ja, in der Tat. Und ich habe mir dann überlegt, naja, okay, der Patronus sieht ja nicht immer auch dein Leben voraus. Außer du bist ein Animagus. Also die könnten ja sonst auch eine Schildkröte vielleicht als Patronus haben. Die sind zwar nicht schnell, aber ziemlich robust und beständig. Könnte auch sein. Aber es passt dann halt wieder weniger zu diesem Auroa-Angriff-Ding. Also es ist schwierig. Und ich wollte auf keinen Fall sowas nehmen wie Löwe, Puma oder so eine Großkatze. Nee, finde ich sehe ich nämlich auch nicht so. Finde ich unpassend. Ja. Bei den Irrwichten habe ich mir es mega schwer getan, weil sie einfach Auroren sind. Und ich glaube, dass du nicht so viel Angst haben kannst vor Dingen. Allerhöchstens vielleicht, dass du deine Kinder oder deinen Partner verlierst. Das könnte eine große Angst sein, weil es ja sehr riskant ist für dich und für andere. Und sonst halt wieder so Phobien. Keine Ahnung, vielleicht haben die eine Schlangenphobie oder keine Ahnung. Ich habe mir was gedacht und vielleicht hat diese Angst auch dazu geführt, dass sie Auroren geworden sind. Nämlich, ja, vielleicht eine Welt unter einer dunklen Herrschaft. Ob das jetzt unter Voldemort ist oder einem anderen dunklen Magier. Also kommt er aufs Elbe hinaus. Ja, wahrscheinlich. Ja, und beim Spiegel ist das wieder so sehr spekulativ. Ich würde dafür beide sprechen, dass sie sich selbst glücklich sehen und einander haben. Ich glaube, das ist wichtig bei den beiden. Und später, nach dem Angriff, habe ich mir nämlich überlegt, sehen die dann später was anderes im Spiegel. Aber ich habe mir überlegt, vielleicht können die das im Spiegel gar nicht mehr wahrnehmen. Und vielleicht kann der Spiegel das auch gar nicht mehr zeigen, weil das Bewusstsein einfach so anders ist, dass, und das ist sehr traurig, dass da nichts mehr gezeigt wird. Ja, ich habe auch gedacht, also wenn das Bewusstsein und der Verstand noch ausreichend funktioniert, dann würden sie sich vielleicht auch als gesunde Familie, vor allem auch vereint mit Neville sehen. Ja, genau. Ah ja, auch eine interessante Wendung. Sind wir hier bei den Blacks oder was? Und ja, Alice ist ja ebenfalls reinblütig. Ich habe im Internet auch überall gesucht und voll viele gehen davon aus, oder was heißt voll viele? Ich bin ein paar Mal darauf gestoßen und auch nur auf diesen einen Namen, dass sie eine Privat war, was aber ja irgendwie ein bisschen unlogisch ist, weil sie ja dann mit Molly verwandt sein müsste. Ja. Das würden wir ja wissen, schätze ich. Ja, also wenn Neville und Ron Cousins wären oder so, das… Und wenn es Cousins nur zweiten Grades ist oder so, ne? Aber das würden wir safe wissen. Vor allem auch, alle hundert Cousins kommen ja auch immer zu den Hochzeiten und so und der Ron kennt die ja auch alle, also das hätte der bestimmt mal erwähnt. Ne, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber vielleicht ist es ja durchaus eine Familie, die wir vom Namen her kennen, nur wird halt nie offenbart. Aber ich glaube schon, dass die beiden mit Liebe aufgewachsen sind. Bei Frank wissen wir allerdings auch, oder ich kann es mir zumindest gut vorstellen, weil Augusta ist ja schon eine strenge Oma, dass sie auch eine strenge Mutter gewesen sein muss, weil ich glaube auch, dass Augusta sehr hohe Erwartungen an ihn gehabt hat. Das denke ich auch. Ja, naja, Unfall ist auch falsch gesagt. Nach diesem Vorfall mit den Todessern, erst daraufhin hat sie ihn so übertrieben in den Himmel gelobt. Ja, genau. Und vorher war sie aber immer so… Das habe ich mir auch gedacht. Bisschen streng. Slightly unzufrieden. Ja, genau. Man hätte es besser machen können alles, so nach dem Motto. Genau. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Aber ich glaube, unterm Strich hatte er keine schlechte Kindheit. Und so sehe ich es bei Alice auch. Ich glaube, dass beide keine großartigen Geschwister hatten, weil ich meine, klar, vielleicht ist Augusta dann zum Oberhaupt der Familie Longbottom geworden, nachdem Frank das nicht mehr machen konnte vielleicht. Und Augusta hat das so ein bisschen an sich gerissen. Aber vielleicht hätte, wenn Alice oder Frank Geschwister gehabt hätten, die vielleicht auch Kinder gehabt hätten, würden, sollten. Vielleicht wäre Neville dann in einer Familie untergekommen, wo auch schon andere Kinder sind, weil die Bedürfnisse so ähnlich wären. Deshalb glaube ich, dass die einfach beide Einzelkinder waren. Also nee, weil wir wissen ja, dass Neville einen Onkel hat. Wir wissen ja, dass LG ihn doch aus dem Fenster da geworfen hat. Ja, aber ist das dann der Bruder von Frank? Ah, nee. Oder ist das der Großonkel? Nee, das ist ja Großonkel LG, von dem er auch die Kröte hat. Dann ist das der Bruder von Augusta. Genau. Genau. Nee, nee, das ist Großonkel LG, sagen die immer. Nee, dann haben die tatsächlich wahrscheinlich keine Geschwister. Dann wieder so eine Familie, die fast vorm Aussterben ist. Ja, genau. Naja, aber mit elf Jahren kommen die beiden dann nach Hogwarts. Ob sie beide gleichzeitig in Hogwarts waren oder im gleichen Jahrgang, das wissen wir nicht genau. Ich hatte ja anfangs vermutet, dass Alice vielleicht ein paar Jahre jünger ist, sodass sie vielleicht zwischenzeitlich für ein paar Jahre gleichzeitig in Hogwarts waren, aber nicht die ganze Zeit. Es ist ja ziemlich wenig von den beiden bekannt. Deshalb wissen wir auch gar nicht, in welches Haus sie gegangen sind. Irgendwie dachte ich, dass es irgendwann mal revealed worden wäre, irgendwie offiziell, aber das ist es irgendwie gar nicht. Und in erster Linie bin ich jetzt mal davon ausgegangen, dass sie entweder in Gryffindor waren oder einer war in Gryffindor und einer in Hufflepuff. Das könnte ich mir noch gut vorstellen. Slytherin schließe ich jetzt gerade mal kategorisch so ein bisschen klischeehaft aus. Und bei Ravenclaw fällt es mir so ein bisschen schwer. Wir kennen nicht so viele Ravenclaws, die diesen beruflichen Werdegang einschlagen und sich dann auch gleichzeitig noch für den Orden engagieren. Weiß nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn auf jeden Fall Frank in Gryffindor war. Genau. Also ich fände es jetzt auch nicht komisch, wenn Alice in Gryffindor gewesen wäre, aber ich fände es jetzt auch irgendwie passend, wenn sie in Hufflepuff wäre. Ja. Neville wäre ja auch zufrieden gewesen, nach Hufflepuff zu kommen. Also er wollte ja gar nicht die Bürde und das passt ja auch wieder dazu, dass er auch gar nicht so in die Fußstapfen seines Vaters unbedingt treten wollte, diesen Druck, den seine Oma ihm ja die ganze Zeit macht und vielleicht deswegen eher in Richtung seiner Mutter gehen wollte, die halt dann eben in Hufflepuff war. Deswegen finde ich die Vermutung eigentlich gar nicht so schlecht, dass Frank in Gryffindor und Alice in Hufflepuff war. Aber das sind alles nur Vermutungen. Ja. Ich gehe stark davon aus, dass beide extrem gute Leistungen schulisch hingelegt haben in allen Fächern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ein Patzerfach hatten, wo sie so super schlecht waren. Ich glaube, die waren durch die Bank super gut. Gut, ich stelle mir das auch immer so ein bisschen vor, dass es jetzt nicht so die super, dass die nicht so super fleißig unbedingt dafür sein mussten, sondern dass ihnen halt auch viele Dinge einfach zugeflogen sind und dass sie zusätzlich auch noch irgendwie beliebt waren. Ich weiß jetzt nicht, ob sie das Prinzenpaar von Hogwarts aus dem Jahrgang gewesen sind. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, da vielleicht sind sie so ein bisschen unterm Radar geflogen, waren aber allgemein sehr beliebt. Ja, ich glaube halt, das waren, also zumindest bei Frank stelle ich es mir immer so vor, der war jetzt nicht so der coole Dude, so der Quidditch-Kapitän, sondern der war halt der super nette, der super hilfsbereite, der auch ein bisschen charmant witzige Typ, den man halt mochte, aber der jetzt halt nicht so der beliebteste war. Genau. Also jetzt auch nicht so der Frauenschwarm schlechthin, glaube ich auch nicht. Nee, genau. Und bei LSG sehe ich sie tatsächlich so ein bisschen auch als so ein bisschen nerdig an, vielleicht auch so ein Bücherwurm oder so und tatsächlich auch vielleicht so ein bisschen schüchterner oder so, aber halt auch immer nett und immer hilfsbereit und jeder mag sie, so. Vertrauensschülerpotenzial. Ja, das habe ich auch gedacht, dass beide auch Vertrauensschüler sein könnten. Ja. Und vielleicht ja auch einer von beidem oder beide Schulsprecher, sehe ich auch. Ja, genau. Nee, finde ich auch. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall ganz anders als die Rumtreiber, weil sie halt beide sehr regelkonform und fleißig waren, könnte ich mir vorstellen. Auf jeden Fall, genau. Und halt immer bemüht. Weil wir wissen ja auch, dass sie beide Top-Abschlüsse machen und sich ja wegen ihrer guten Noten auch beide als Auroa qualifizieren können. Und diese Prüfung ist ja ganz schön hart. Und da sie die ja bestehen, wissen wir auf jeden Fall, dass sie was im Köpfchen haben müssen. Ja, das dachte ich auch. Und ich habe mir auch gedacht, vielleicht haben sie, wir haben ja schon häufiger mal von Talenten gesprochen, die so die einen oder anderen haben. So, keine Ahnung, Talent für Tiere, Talent für Zaubertränke, Kräuterkunde. Und vielleicht haben die zufällig, also entweder einer von beiden oder beide, so ein Talent, dunkle Magie zu erkennen, sie zu bekämpfen. Also quasi für Verteidigung der dunklen Künste. Genau, gegen sie zu arbeiten. Das ist einfach so ein guter Spürsinn auch. Ich meine, das muss man ja auch können. Das kommt ja auch nicht von einfach so. Ja, das stimmt. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, da gehört ja auch schon eine gute Portion Mut dazu. Weil gerade zu der Zeit, wo sie sich dazu entschließen, Auro zu werden, ist es ja schon eine unruhige Welt. Ich meine, wahrscheinlich war Voldemort jetzt noch nicht auf der Höhe seiner Macht. Das kommt ja wahrscheinlich erst ein bisschen später. Aber waren ja auf jeden Fall schon unruhige Zeiten, sag ich mal. Würde ich auch sagen. Was ich irgendwie ganz cute fände, wäre, wenn du jetzt sagst, du stellst dir vor, dass Frank älter ist, dass er ja vielleicht so eine Art Mentor war, als Alice ihre Ausbildung dann gemacht hat als Aurore. So wie das Moody ja auch bei Tonks war. Sie kannten sich vielleicht, keine Ahnung, waren jetzt aber noch nicht super befreundet. Aber sie lernen sich dann quasi erst recht so richtig gut kennen in dieser Ausbildung quasi. Ja, viele Leute lernen sich am Arbeitsplatz kennen und lieben. Ja, und das fände ich halt ganz cool, weil es ja nicht so super random einfach nur Arbeitskollegen sind, sondern eben eher halt dadurch sowieso intensiveren Kontakt zu ihr hatte und sie da ja vielleicht auch dann lieben gelernt hat. Ja, ich finde das gut. Und daher heiraten die beiden ja dann auch recht bald. Und ja, wie schon gesagt, Aurore zu sein in dieser Zeit ist ja nicht gerade ohne. Voldemort und seine Todesser bekommen ja immer mehr Macht und der Krieg brodelt ja und ist kurz davor auszubrechen. Und deswegen schließen sich Alice und Frank dann ja auch dem Orden des Phönix an. Ja, und ich gehe so ein bisschen davon aus, dass sie durch Moody in den Orden gebracht worden sind. Der ist ja da, glaube ich, gerade Chef der Auroren zu der Zeit. Ja, das kann gut sein. Und Moody ist ein Freund von Dumbledore. Dumbledore hat den Orden gegründet. Dann liegt es nahe, dass Moody seine talentiertesten und dollsten Auroren mit ins gute Team holen. Das habe ich aber gut gedacht. Moody hat das angehauen und ich glaube, dass die Überzeugungen von Frank und Alice da auch ganz klar positioniert sind und zwar gegen Voldemort. Selbst von Dumbledore selber wissen wir ja, das erwähnt er, dass die Longbottoms allgemein sehr beliebt waren. Und ich glaube, dass auch Dumbledore nichts gegen die Longbottoms einzuwenden hatte und so, dass er vielleicht sogar sehr glücklich war, dass sie mit im Team sind. Ich meine, man kann es auch ihnen nicht verübeln, weil sie scheinen ja auch wirklich gute und mutige Mitglieder zu sein. Wir wissen ja, dass sie unerbittlich kämpfen und sogar Voldemort selbst schon dreimal entgegenstanden und ihm quasi, das wird ja in der Prophezeiung irgendwie gesagt, die Stirn geboten haben oder so. Ja, genau. Ich weiß aber nicht, was sich mir darunter vorstellt. Da haben die ein bisschen gekämpft und Voldemort ist abgehauen, die sind abgehauen. Ja, so stelle ich es mir vor. Oder es könnte natürlich auch ein bisschen symbolisch sein, nicht Auge in Auge, sondern sie haben vielleicht irgendwie Voldemorts Pläne vereitelt. Ja, genau. Da sind super wichtigen Todesser festgenommen oder so. Sie sind auf jeden Fall sehr respektierte Auroren, die ja eben nicht nur einmal dafür sorgen, dass Todesser inhaftiert werden. Und dadurch, klar, sind sie natürlich super beliebt. Ja, und während Voldemort aufsteigt, also während dieser unsicheren Zeiten, wird Alice dann schwanger. Irgendwie zeitgleich mit Lillie. Und dann denke ich mir immer so, zwei Schwangere im Orden, das ist ja ziemlich abgefahren, du. Ja, vor allem hatten wir das nicht auch, dass die sind doch alle um Halloween rum, haben die dann ihre Kinder gezeugt, ne? Ja, genau. Geil. Ja, welche haben die sich abgesprochen? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht war das dann eine lauschige Runde. Ja, genau. Die werden es nicht herausfinden. Das war die, das war die Orden des Phönix Halloween Party. Und danach ging es rund. Da ist das Butterbier geflossen, du. Ja, bei mir gibt es hier direkt Feuerhuisgierentur. Ja, okay. Butterbier, davon werden Elb. Doch, bei mir hätte Butterbier gereicht. Okay. Na, und ich glaube, dass, während sie schwanger ist, die Zeit im Orden für sie vielleicht ein bisschen ruhiger war. Sie musste sich, glaube ich, schon schon, auch wenn sie vielleicht so der Typ Mensch war, der dann immer gesagt hat, nee, es geht noch, geht noch. Aber Frank und vielleicht auch andere interveniert haben und gesagt haben so, sorry, es geht jetzt nicht mehr. Ja, wir haben hier große Probleme. Ja, weißt du nämlich auch vor allem wer? Augusta bestimmt. Oh ja, die hatte bestimmt viel mitzureden. Mach das so und nimm diese Kräuter und. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es Alice unter Augusta wirklich nicht leicht hatte, weil sie ihr wahrscheinlich nie gerecht werden konnte. Und schon gar nicht jetzt, wenn ein Kind im Spiel ist. Weißt du, die macht dann wahrscheinlich in Augustas Augen alles falsch und nein, du darfst doch nicht das essen, aber du musst doch immer diesen und jenen Tee trinken und so. Und leg dich hin, aber nicht auf die Seite, sondern auf die. Ja. Neville wird dann ein Tag vor Harry geboren, also am 30. Juli 1980. Genau, und mit dieser Geburt quasi qualifizieren sie sich ja ungewollt für die Prophezeiung von Trelawney, die ja besagt, dass derjenige, der die Macht hat, den Dunklen Lord zu besiegen, Ende Juli von Eltern geboren wird, die Voldemort selbst schon dreimal die Stirn geboten haben. Und ja, das passt natürlich dann alles auf die Longbottoms zu. Aber meinst du, die Longbottoms wussten von der Prophezeiung? Ich glaube nämlich nicht. Das habe ich mich nicht auch gefragt, weil, ich meine, wir wissen ja, Voldemort entscheidet sich für Harry, weil Harry das Halbblut ist und genauso wie Voldemort eben auch und Neville ist ja rein Blut. Und ich könnte mir aber vorstellen, das weiß ja keiner, für was sich Voldemort entscheidet. Wir wissen ja aber, dass die Potters sich verstecken. Und ich könnte mir eben auch vorstellen, dass dann zu den Longbottoms auch gesagt wird, yo, Leute, haltet euch mal lieber im Untergrund. Aber ich bin zu dem Schluss gekommen, dass die das, glaube ich, nicht wussten. Ich glaube schon, weil ich glaube nämlich, dann zu dem Zeitpunkt, wo Harry quasi Voldemort besiegt hat, als Voldemort versucht hat, Harry als Baby umzubringen und es nicht geklappt hat, da wiegen sie sich vielleicht in Sicherheit und heben diesen Schutz eben auf, weil sie denken, Voldemort ist ja keine Gefahr mehr für uns. Und ja, sie bedenken aber nicht, dass die Todesser noch da sind. Ja, oder sie waren nie geschützt, weil sie nie davon was wussten. Aber dann frage ich mich, wie unfair das ist, weil Dumbledore weiß das ja. Natürlich ist das unfair, aber es ist Dumbledore. Ja, ich meine, es kann natürlich auch sein, dass man, dass Voldemort das erkenntlich gemacht hat, dass er hinter den Potters her ist, einfach weil alle nach den Ausschwärmen und einfach allgemein bekannt ist, dass die gesucht werden oder so und bei den Longbottoms eben nicht. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die aus Sicherheitsgründen sich bedeckt halten. Unabhängig jetzt davon, dass Dumbledore irgendwas entscheidet. Ja, aber das heißt doch, irgendwer hätte denen das mit der Prophezeiung sagen müssen. Das hätten die im Orden besprechen müssen. Ja, aber das wussten ja auch alle von den Potters, deswegen glaube ich nicht, dass diese Prophezeiung tendenziell ein Geheimnis war. Sirius, James, Peter, die wussten das ja alle. Ja, genau, aber heißt das, das heißt für mich nicht automatisch, dass die das im Orden in einem großen Plenum besprochen haben. Nein, aber alle Beteiligten und dadurch, dass die ja auch irgendwo beteiligt sind, inwieweit ist ja vielleicht noch nicht so klar, aber ich glaube schon, dass das thematisiert wird. Das ist ja kein Geheimnis und ich glaube auch nicht, dass Dumbledore das für sich behält. Also so viel, ich habe nicht viel Vertrauen in Dumbledore, aber bei dem Punkt denke ich mir schon, dass er die vielleicht vorgewahrt hat. Was sie jetzt mit dieser Warnung machen, überlässt er ihnen, weil er den Fokus auf die Potters legt, das ist schon klar. Aber ich glaube schon, dass er die zumindest vorgewarnt hat. Also in meinem Leben nicht. Also sie macht das ja immer so ein bisschen von meinem Gefühl her und mein Gefühl sagt mir, die wussten das nicht und hatten einfach Glück, dass, also Glück, dass Voldemort sie nicht verfolgt hat. Und danach hatten sie leider Pech. Ja, aber ich glaube, das ist halt wirklich so ein bisschen das Problem, dass keiner mehr damit rechnet, dass ja auch die Todesser von der Prophezeiung irgendwie wissen. Und sie ja die Informationen haben, dass eben diese beiden Familien in Erwägung gezogen werden. Und weil sie nicht wissen, was mit dem Dunklen Lord passiert ist, als er sich für die Potters entschied, da denken sie, dass die Longbottoms vielleicht Informationen über den Verbleib von Voldemort haben. Aber wissen die Todesser von den Longbottoms, weil Voldemort da gequatscht und gesagt hat, hier gibt es zwei Familien und oder gehen die einfach nur zu den besten Auroren und hoffen, dass die eine Idee haben? Ne, ich glaube, es wird schon so gesagt, die sind so verzweifelt, dass sie sich eben an die Longbottoms wenden, weil sie sich sicher sind, die müssen ja wissen, was mit dem ist, weil sie in der Prophezeiung quasi integriert sind. Also ich glaube schon, dass, wollen wir das jetzt vielleicht nicht mit jedem besprochen hat, aber vielleicht ja mit Bellatrix. Und wir wissen, dass Bellatrix bei den Todessern dabei ist, die die Longbottoms foltert. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass sie dieses Wissen hat und das dann eben an ihre offenbar engsten ja weiterträgt. Weil außer Bellatrix sind ja noch Robuston und Rodolphus Lestrange dabei und ja auch Barty Crouch Jr. Vielleicht war das halt damals so eine coole Crew. Absolut teuflisch, diese Crew. Ja, in der Tat. Ne, ich glaube schon. Also ich glaube, dass Voldemort da fast mal vielleicht nebenher und sie sich so an jeden Strohhalm klammern. Also er hat das vielleicht mal am Rande erwähnt oder so. Und Bellatrix dann wirklich an alles klammert, weil sie unbedingt ihren dunklen Lord wiederfinden will. Ja, ich finde es halt, ich finde es ein bisschen schade, dafür, dass Neville ja doch nicht so super unwichtig ist für die Story, vor allem ganz am Ende. Ich finde es ein bisschen schade, dass diese Geschichte, die ja doch super interessant ist, so wenig beleuchtet ist. Das hätte man ja im Nachhinein. Weißt du, Minis ganze Geschichte wurde da aufgeschrieben. Aufgelegt, ja, mit dem Schwuggeln und was nicht alles. Ja, genau. Und mit ihrem Mann da und dann denke ich mir so, manchmal fehlt es mir an den richtigen Ecken, um so ein paar Lücken zu schließen. Ja, das stimmt. Das kostet einen offiziellen Artikel auf Pottermore, wo man einfach mal kurz runterschreibt. Muss ja nicht super detailliert machen. Aber einfach so ein paar Zusammenhänge zu erklären, das fehlt mir bei den Longbottoms jetzt wirklich sehr, muss ich sagen. Ja, weil du hast schon recht, wenn man jetzt von meiner Theorie ausgeht und sagt, okay, die wussten davon und haben sich dann nach diesem Downfall von Voldemort so ein bisschen in Sicherheit gewieht und ihre Sicherheitsvorkehrungen zu früh quasi gelockert und wurden deswegen von den Todessern gefunden, dann könnte man ja sagen, oh, da waren sie selber schuld. Weil sie wussten ja, dass sie in Gefahr sind. Und das wäre natürlich tragisch. Deswegen wäre es fast schöner zu wissen, dass sie das alles nicht wussten und quasi von, ja, ohne eigene Schuld irgendwie in die Falle getappt sind. Wobei es ja nicht mehr eine richtige Falle gab, aber. Nee, genau. Naja, aber ich meine, ich weiß nicht, ich schätze die Longbottoms nicht als sehr hochmütig ein, aber wenn sie halt gedacht hätten, na gut, wir sind zwei von den Besten. Uns passiert nicht so viel, uns kann nicht so viel passieren, dass so ein bisschen Leichtsinn auch da mit eingespielt hat. Was natürlich nochmal super tragischer wäre, weil sie ja einen einjährigen Sohn haben. Ja, es wäre halt schon ein bisschen naiv zu sagen, naja, Voldemort ist gestört, jetzt ist alles super, weil es sind ja immer noch super viele Todesser auf freiem Fuß. Und diese Todesser, die sich ja an den Longbottoms vergreifen, sag ich mal, die haben sich ja auch so ein bisschen aus diesem Inhaftierungsprozess so rausgeredet, ne? Ja. Um eben Voldemort zu suchen. Zunächst foltern diese Todesser nur Frank. Sie greifen ihn irgendwo auf der Straße ab und wollen eben Informationen über den Verbleib ihres Lords. und foltern ihn eben so lang, bis dieser quasi psychisch, mental völlig hinüber ist von dieser Folter. Wobei ich mir vorstellen kann, dass sie das gar nicht gesehen haben, sondern Frank ist einfach nur zusammengeklappt und war bewusstlos. Und der seelische und psychische Schaden, der ist halt das, was übrig bleibt. Genau, es ist ja auch wahrscheinlich so eine Art Traumafolge, könnte ich mir vorstellen, weil das einfach so heftig war. Ja, aber sie waren ja auch hoffentlich so verzweifelt und frustriert, dass sie auch einfach nicht mehr aufgehört haben. Und weil sie aber so unbefriedigt waren von dem Ergebnis, widmen sie sich dann ja auch noch Alice und fangen diese quasi auch noch um, sie genauso wie ihren Mann so lange zu foltern, bis sie ihren Verstand verliert. Was natürlich krass ist, ne? Weil wenn die immer wieder fragen, wo ist Voldemort, was habt ihr mit ihm gemacht, was, ne, bla bla bla, was wisst ihr? Und du ehrlichen Gewissens immer nur sagen kannst, ich weiß nichts. Und sie dir nicht glauben. Das ist ja so krass, weil, ich meine, da ist es ja nicht nur die Schmerzen durch die Folterung wahrscheinlich das Problem, sondern auch das Wissen, dass du nichts sagen kannst, was dir hilft. Du kannst dich gar nicht aus dieser Situation befreien. Wobei ich mir auch vorstelle, als ob die die am Leben gelassen hätten, hätten sie irgendwelche Informationen bekommen. Also, ja, aber auch, ne, es ist auf jeden Fall schon sehr hoffnungslos. Ja, vor allen Dingen, ich könnte mir vorstellen, dass sie so oder so wahrscheinlich nichts gesagt hätten. Die Frage ist, wenn sie was gewusst hätten, ob sie das rausgerückt hätten, aber wahrscheinlich auch nicht. Also, so oder so war es auf jeden Fall zum Scheitern verurteilt, klingt so, naja, dann halt nicht. Aber so ist es nicht gemeint. Ja, ich glaube auch, bei den Todessern war da wirklich sehr, sehr viel Frust auch. Also, ich glaube, irgendwann verstehen die schon, okay, die wissen wirklich nichts, aber sie machen dann einfach weiter, weil sie nicht anders sich zu helfen wissen, weil sie keinen anderen Strohhalm mehr haben und keine Optionen mehr haben, wie sie sonst an Informationen rauskommen. Und dann foltern sie immer weiter, obwohl sie eigentlich schon wissen, okay, die wissen wirklich nichts. Naja. Aber es ist denen ja natürlich auch egal. Ja, genau, und von Bellatrix wissen wir auch, dass sie sadistisch ist. Also, vielleicht hatte sie auch ihren Spaß dabei, also. Ja, mich wundert es auch so ein bisschen, dass sie die Longbottoms letztendlich dann ja auch gar nicht umbringen. Also, ich meine. Vielleicht sehen die tot aus, Toni. Wenn die da so liegen. Ja, oder die, es war denen auch egal, denen so eine Art Erlösung zu geben, sondern es war halt, die sind dann so grausam, dass es ihnen auch eigentlich egal ist, weil sie halt auch selber merken, aha, okay, die können jetzt eh keine Aussage mehr treffen, so nach dem Motto. Und, ja, da diese Gleichgültigkeit bringt die halt auch dazu, es einfach so zu belassen und die dann da einfach liegen zu lassen. Ja. Ja, und irgendwie müssen sie ja gefunden worden sein. Ja, vielleicht gab es ja auch irgendwo Zeugen, weil ich meine, die Todesser werden ja verantwortlich gemacht dafür. Ja. Es ist doch sogar auch so, dass Barty Crouch Jr. verrät die anderen ja auch, ne? Ja. Ja, es ist nicht so leicht, das Ganze. Ah, siehst du, und da sind so viele Lücken. Da wäre es jetzt wirklich gut, würde man da mal kurz einen kleinen Text schreiben, wer wo war und wer noch involviert war. Und wenn es nur irgendwie irgendwelche komischen Muggel gewesen sind, die aufmerksam geworden sind, die dann beschreiben konnten. Ja, das geht ja selber, so fünf Ecken, ne? Serious wurde ja damals auch von Muggeln gesehen. Ja. Dass man das irgendwie so konstruiert hätte und dann wäre man den Todessern auf die Schliche gekommen und bla bla. Aber das ist echt löchrig und ich finde es ein bisschen schade. Das stimmt. Letztendlich wissen wir ja einfach nur, dass sie geschnappt werden. Ja, genau. Und nach dem Angriff der Todesser kommen Frank und Alice ja dann wahrscheinlich ziemlich unverzüglich ins St. Mungus Hospital. Soweit wir wissen, ist das ja auch irgendwie die einzige Auffangstation für alle möglichen magischen Krankheiten. Und weil die beiden sich in ihrem Zustand nicht um ihren Sohn kümmern können, wird Neville dann ja von Franks Mutter, also Augusta, betreut. Und ich glaube, wie du ja schon gesagt hast, ich glaube, die waren am Anfang einfach wie in so einer Art Koma, sodass vielleicht da immer noch am Anfang so ein bisschen die Hoffnung von allen Angehörigen und Betroffenen war so, okay, wenn die sich erholen, dann geht Neville wieder zu ihnen oder man da irgendwie schon Pläne gemacht hat. Also Augusta nimmt ihn zu sich oder zieht zu ihm, wie auch immer. Und wenn sich das alles dann wieder eingerenkt hat, dann. Und das ist ja dann wahrscheinlich für alle Beteiligten sehr ernüchternd, dass das eben nicht so gekommen ist, weil ich glaube, dass nachdem sie aufgewacht sind, ziemlich schnell klar war, dass das irreparable Schäden mit sich gezogen hat, diese Folterung. Und das erschüttert natürlich auch die Zaubererwelt. Man merkt das ja auch bei dem Verhör von Barty Kortz Jr., da fordern ja auch alle seine Gefangenschaft und zeigen auch wenig Erbarmen, allen voran natürlich sein eigener Vater, weil alle wollen, dass das, was den Longbottoms angetan wurde, auch gerecht wird. Ja. Wobei das natürlich auch nicht wirklich gerecht werden kann, weil im Grunde keine Strafe dieser Welt holt ja das Leben der Longbottoms zurück, wie sie es früher geführt haben. Und das Traurige ist ja auch einfach, dass sie ihren Sohn gar nicht so aufwachsen sehen können und dass sie auch ihr Leben gar nicht mit ihm teilen können, weil sie ja auch räumlich getrennt sind. Und ich meine, die waren ja jetzt auch nicht super alt. Also die haben ja eigentlich noch ihr Leben vor sich. Und das hat ja von heute auf morgen wirklich so eine richtig krasse Kehrtwende genommen. Es ist halt auch insofern krass, als dass ja auch Neville keine Erinnerungen an seine Eltern haben dürften. Also zumindest keine Erinnerungen aus seinem ersten Lebensjahr. Das ist natürlich auch schlimm, weil Neville ja dann nur diese Erinnerungen an seine Eltern hat, in deren sie ja schon so geschädigt sind. Ja. Und damit muss man natürlich auch fertig werden als Sohn. Ich meine, das stimmt. Das ist natürlich auch krass. Ich meine, für Frank und Alice ist vielleicht in, je nachdem, in was für einer, also wie stark die inneren Verletzungen sind. Ich wünsche mir für die beiden eigentlich, dass die in so einer Art Zuckerwatte-Welt leben und alles nur so von Weitem spüren und einfach keinen Bezug mehr zur Realität haben, aber keine Schmerzen mehr haben. Ja genau, dass sie körperlich quasi unversehrt sind. Genau, dass es einfach auch, dass das Gedächtnis und alles quasi, alles, dieser ganze Schmerz und alles Schlimme so ausradiert hat, wenn sie jetzt in dieser Zuckerwatte-Welt leben und es einfach nur so, alles so dumpf ist, sodass man das ertragen kann. Auch wenn es natürlich kein richtiges Leben ist, weil du nicht aktiv irgendwie was tun kannst. Keine richtigen Aktivitäten, keine Weiterentwicklung, kein Registrieren von neuen Dingen oder bekannten Dingen, aber dass du halt wenigstens nicht leiden musst. Das wäre halt schön zu wissen, dass das für die beiden so ist. Weil das natürlich, wenn man das wüsste, ist vielleicht auch für Neville und auch für Augusta sicher ein bisschen einfacher wäre, das zu ertragen, wie Alice und Frank ja jetzt sind im Mongos. Ja, aber es ist ja auch für Harry später ganz deutlich, dass eigentlich das Schicksal von Neville viel schlimmer ist als sein eigenes und Neville derjenige sein müsste, der das ganze Mitleid erhält und nicht er selbst. Also Harry hat ja immer das Gefühl, alle bemitleiden ihn für sein Schicksal, aber er kann sich ja eigentlich gar nicht daran erinnern und er denkt sich halt immer so, naja, aber Neville erlebt das quasi jeden Tag, dass er nicht mit seinen Eltern sein kann und das verdient eigentlich viel mehr Mitleid, wobei ich auch nicht glaube, dass Neville mitleiden möchte, aber so vom Gefühl her. Ja, aber mir gefällt dieser empathische Teil von Harry, muss ich ehrlich sagen. Aber auch Moody erklärt ja, als er Harry dieses Bild im fünften Schuljahr, glaube ich, zeigt Moody Harry ja das Bild vom Orden und erklärt alle Ordensmitglieder, unter anderem eben auch die Longbottoms und da sagt Moody ja auch, dass der Tod besser gewesen wäre als das, was den Longbottoms quasi jetzt widerfahren ist und das ist halt auch krass. Ich meine, Moody ist ja auch ein erfahrener Zauberer, schon viel gesehen und da kann ich Harrys Gedanken dann schon verstehen. Ja, ich finde es auch eigentlich ein bisschen schade, weil offenbar gibt es für die Longbottoms ja auch keinen richtigen Platz in dieser Zaubererwelt. Die sind jetzt in einer Abteilung im Mungus für dauerhaft Geschädigte, also die von Magie, genau so dauerhafte Fluchschäden haben. Offenbar auch nicht mit der Hoffnung, irgendwann jemals entlassen zu werden. Und dann denke ich mir so, naja, kann man aber nicht für die irgendwie eine extra Einrichtung machen? Ist das nicht total blöd, dass die in einem Krankenhaus sind? Also es müsste doch eigentlich auch mal eine Pflegeeinrichtung geben. Ich meine, das Gleiche gilt ja auch für Lockhart. Der wird auch nie wieder der Alte sein, aber die sind halt immer in einem Krankenhaus. Ich finde das irgendwie, also die haben dann eine Station, einen Gang, ein Zimmer, keine Ahnung und das finde ich irgendwie blöd. Ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, dass das so ein bisschen aussieht wie im Krankenflügel in Hogwarts. Ja, und dann denke ich mir so, ja, das ist aber kacke, weil wenn du den Rest deines Lebens da verbringen musst und dann ist es doch auch egal, ob ich das jetzt alles wahrnehme oder nicht oder wie ich das verarbeite oder ob ich mir das alles merken kann. Es geht doch einfach nur auch ums Wohlbefinden und ich weiß nicht, ob die alle sich so wohlfinden, auch wenn sie es vielleicht nicht artikulieren können, mit hundert anderen in einem Raum zu schlafen und zu leben. Zumal die ja auch alle nur mit so Vorhängen abgetrennt sind. Ja, genau. Du ziehst da Vorhänge auf und zu, dann bist du abgetrennt. Hallo, privatzüber. Genau, ist jetzt nicht so, als hättest du da deine Ruhe und könntest mal eine Tür zu machen. Und schon allein mich hat so ein bisschen gestört, dass, ich hatte eingangs ja gesagt, dass Alice dann den Morgenmantel trägt. Ich gehe davon aus, dass die dann wahrscheinlich immer irgendwie halb im Pyjama rumlaufen. Das heißt, es wird nicht mal darauf geachtet, dass sie für Tagesaktivitäten anders gekleidet sind als für abends und nachts. Ja, ich glaube, es gibt auch gar kein Programm. Nee, aber dass du… Also da wird ja nichts mit denen unternommen. In so einem Altenheim oder Pflegeheim oder so, da hast du ja wenigstens auch mal ein bisschen Abwechslung. Was zu tun, genau. Aber das macht halt keiner. Und dann, weil es praktisch ist, haben sie halt immer dasselbe an und hoffentlich wird das oft genug gewechselt. Ja, voll schade. Und dann denke ich mir so, das ist wieder so ein Problem der Zauberer. Die machen sich um solche Sachen nie Gedanken. Nee, es ist auch wirklich ein bisschen erniedrigend, muss man schon sagen. Ja, also ich weiß nicht, ob es solchen erfolgreichen Auroren auch würdig ist. Aber es ist selbst, ich finde auch für Lockert, der ja eigentlich ein Idiot ist und ein Spinner, ist das auch nicht würdig. Nee, für niemanden einfach. Das ist okay, sage ich mal, wenn du im Krankenhaus bist und da eine begrenzte Zeit bleibst und einfach behandelt werden musst und es gibt vielleicht auch nicht genug Platz. Okay, aber wenn du jetzt überlegst, die müssen da bis zum Rest ihres Lebens bleiben und die sind ja gesundheitlich, sage ich mal, fit. Das ist ja nicht so, dass die quasi Hospizpatienten wären und man sagen würde, naja, die haben halt nicht mehr lang, ja. Sondern die bleiben da noch viele, viele Jahre. Und dann finde ich es wirklich unzumutbar, dass die da eingepfercht werden in einer Abteilung. Naja. Ja, und auch für den Besuch. Ja, genau. Ich meine, das ist ja auch für den Besuch nicht cool. Nee, eben. Wenn du deine Eltern immer in dieser Situation vorfindest, also, ja, da hat die Zaubererwelt noch einiges aufzuholen, würde ich sagen. Das stimmt. Wir müssen mal wieder Zauberreiminister werden, wir beide, und dann können wir das alles revolutionieren. Ja, müssen Kingsie ein bisschen unterstützen. Ja, genau. Naja, wir wissen auf jeden Fall, dass Neville seine Eltern regelmäßig im Mungus besucht, wahrscheinlich als Kind noch ein bisschen häufiger, wenn er nach Hogwarts kommt. Und klar, geht es nur in den Ferien, aber die beiden scheinen ihren Sohn ja auch gar nicht wirklich zu erkennen. In dem Zimmer, in dem sie liegen, sind ja auch noch andere durch Magie Geschädigte, zum Beispiel, wie gesagt, Gildrey Lockhart, aber auch noch ein traurig dreinblickender Zauberer. Eine Frau, deren Kopf mit Fell bedeckt ist und auch Broderick, der später noch von einer Teufelsschlinge umgebracht wird. Wo ich mir auch denke, dann sind ja nicht mal die Sicherheitsvorkehrungen da besonders gut. Weil ich meine, gut, wir wissen, die Longbottoms wurden von Todessern gefoltert. Die Todesser sitzen im besten Fall in Azkaban, aber leider gibt es ja in besagtem Schuljahr, wo Harry die Longbottoms da ja auch trifft, einen Massenausbruch in Azkaban. Wo ich mir denke, wäre es da nicht auch sinnvoll, vielleicht diese Leute nochmal zu schützen? Ich meine, den meisten ist ja gar nicht klar, warum die Todesser hinter den Longbottoms her waren. Und für die war das ja, weil die eben angesehene Auroren waren, dann wäre es doch auch irgendwie sinnvoll, die nochmal zu schützen. Nee, Antonia, das ist jetzt ein bisschen zu weit gedacht. Das passiert jetzt ja auch nicht. Nee, das wird zwar nicht. An dem Tag, wo Harry Neville auf der Station dann trifft, ist es Neville ja auch irgendwie so ein bisschen unangenehm. Zumindest kommt es Harry auf jeden Fall so vor. Und Augusta ist ja ein bisschen schrill mit ihrem komischen Outfit da, mit diesem komischen Kleid. Und ihr fällt das auch irgendwie auch auf, dass Neville das wohl irgendwie unangenehm ist. Aber ich glaube, Neville ist es nicht so klar. Es ist wahrscheinlich ein bisschen unangenehm, weil er nicht weiß, wie er das erklären soll und dass er irgendwie ein Geheimnis ist und irgendwie doch nicht. Und er seinen Freunden nichts gesagt hat. Aber sie erklärt Neville ja das Anfangszitat nochmal, dass er sich nicht schämen soll, sondern stolz sein soll. Und sie duldet ja dann irgendwie auch nicht, dass Neville sich schämt. Aber ich finde es auch ein bisschen fies. Da frage ich mich immer, tut sie das für Frank und Alice oder tut sie das für Frank oder möchte sie Neville pushen? Also Augusta verstehe ich nicht so ganz. Vor allem, ich finde es auch total fies, weil klar, ich meine, sie hat ihren Sohn ja auch ganz anders erlebt als Neville, sein Vater. Sie weiß, was ihr Sohn alles geleistet hat im Ersten Krieg. Neville weiß das nicht. Neville kennt seinen Vater nur als diesen Mungus-Patienten. Und klar ist Neville stolz auf die Geschichten, die er über seinen Vater gehört hat. Aber das ist ja nochmal eine ganz andere Wirkung, die Augusta hatte. Und ich finde es total fies, dass sie Neville hier vor seinen Freunden so runter macht, so von wegen, ja, als würde er sich schämen. Ja, vielleicht ist es aber auch gar nicht so. Vielleicht will Neville einfach nur nicht dieses Mitleid haben und erzählt es deswegen nicht. und ist jetzt so, oh shit, ich habe es halt meinen besten Freunden nie erzählt. Und außerdem ist es ja eben vielleicht auch in erster Linie unangenehm, weil Augusta erkennt ja direkt alle seine Freunde. So von wegen, ach ja, Neville hat mir von dir erzählt, Neville hat mir von dir erzählt. Vielleicht ist das Neville in erster Linie peinlich. Und deswegen ist er so stumm. Und außerdem bedrücken ihn ja auch diese Besuche bei seinen Eltern ungemein. Und er ist einfach traurig, weil er seine Eltern ja wahrscheinlich auch vermisst und sich das Ganze irgendwie ein bisschen anders vorgestellt hat. Und er deswegen auch einfach nicht die beste Laune hat. Und ich finde es einfach fies, dass Augusta ihn so vorführt, sage ich mal. Ja, genau. Das ist mir nämlich auch aufgefallen und mir ist auch aufgefallen, nachdem diese Situation dann vorbei ist, wird sie ja dann auch aufmerksam auf ihre Schwiegertochter, also auf Alice. Und sie nennt Alice dann Schatz. Und im allerersten Moment habe ich gedacht, okay, das ist ja nett, aber irgendwie so im Verlauf dieses, das ist ein sehr kurzes Gespräch tatsächlich und das ist auch sehr einseitig, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie so ein bisschen von oben herab spricht. Ja, habe ich auch. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass sie sich denkt, oh, ich freue mich sehr, also es ist jetzt keine sehr emotionale Frau in der Hinsicht, weil Alice kommt ja auf die zu, sie unterbricht dieses Gespräch mit Harry und so. Und sie trägt, also Alice trägt ja auch nur diesen Morgenmantel und sie macht mit Gesten auf sich aufmerksam, also weil sie ja nicht so sprechen kann. Oder wie wir schon besprochen haben, sie kann nicht oder sie will nicht oder es funktioniert nicht mehr so. Und sie trägt Neville etwas entgegen und Alice schenkt ja in dem Fall dieses Bonbonpapier ihrem Sohn. Ob sie jetzt weiß, dass es Neville ist und dass es ihr Sohn ist, wissen wir nicht, wahrscheinlich, aber tendenziell nicht. Und es wirkt so ein bisschen so, als würde Augusta sagen, so jetzt Neville, nimm das schnell, damit wir hier diesen regelmäßigen Austausch von Müll quasi hinter uns gebracht haben. Weil Alice, Schatz, alles gut, so eine merkwürdige, als ob sie das nicht so ernst nimmt. Ich würde es eher so deuten, als würde sie mit Alice reden, als wäre sie halt ein Kind. Ja, aber für mich von oben herab. So, weil klar, sie ist nicht mehr in der Lage, ein eigenständiges Leben zu führen, aber das finde ich auch irgendwie immer so ein bisschen nervig, wenn auch Erwachsene mit Kindern so reden, als wären die irgendwie geistig zurück. Weil ich mir so denke, naja, selbst wenn dein Kind jetzt vielleicht noch nicht perfekt sprechen kann, es versteht dich ja schon. Also diese Babysprache, die man halt aber mit Kindern spricht. Also ich weiß nicht, dass und diesen Eindruck habe ich ja auch immer. Dieses Ja, ja, Schätzchen und ja, ja. Aber es ist halt nicht so auf Augen. Und authentisch, ja genau, sie ist so richtig von oben herab. Und da hingegen finde ich es auch total schön, dass Neville das ja eben nicht macht, sondern er sich aufrichtig bedankt und ja auch Mom zu ihr sagt und so, obwohl er sie ja nie als eine Mutterfigur erlebt hat. Aber es ist für ihn ganz klar seine Mom und würde auch mit ihr nie so reden, sondern wenn du jemanden als seine Mutter bezeichnest, dann hast du natürlich auch eine Sohn-Mutter-Beziehung zu der Person und nicht eben so eine oben herab-Beziehung. Und das finde ich gut, dass Neville das macht und das zeigt, finde ich auch, dass er sich eben überhaupt nicht dafür schämt, dass es seine Mama ist. Sonst würde er sie ja vielleicht auch nicht so nennen. Ja, denke ich nämlich auch. Und er scheint ja auch regelmäßig diese Kaugummipapiere von seiner Mutter zu bekommen. Und er behält ja auch jedes davon, auch wenn Augusta das nicht so gerne sieht. Und da gibt es eine ganz schöne Geschichte zu, weil J.K. bezieht sich ja hier auf eine wahre Begebenheit, die sie mal mitbekommen hat, wo ein Sohn seine Alzheimer-erkrankte Mutter regelmäßig besucht hat und ihr auch immer Süßigkeiten mitgebracht hat. Die Mutter hat ihn zwar jetzt nicht mehr so erkannt, aber sie wusste, dass er derjenige ist, der ihr Süßigkeiten mitbringt, weil sie halt Süßigkeiten so gerne gegessen hat immer. Und daher wollte sie ihm halt irgendwie immer etwas zurückgeben, auch wenn sie nicht so den Bezug hat, das ist mein Sohn, aber der ist gut, weil der gibt mir Süßigkeiten. Und deswegen hat sie ihm quasi immer diese Papiere zurückgegeben. Und das ist natürlich in erster Linie was super Wertloses, weil es ja theoretisch Müll ist. Ja, klar. In dieser Zeit, in der Neville ja in Hogwarts ist, Augusta wahrscheinlich viel, viel öfter zu Besuch ist. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Sie hat ja die Chance, viel öfter ins Mungus zu fahren und sie wird ihren Sohn mit Sicherheit regelmäßig besuchen. Aber sie gibt Neville das Papier, weil Neville sie wahrscheinlich vernünftiger behandelt, nämlich auf Augenhöhe, wie du das gesagt hast. Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen Intuition. Ich meine, vielleicht ist da noch so ein wirklich allerletztes, so ein allerletzter Rest von übrig, von dem Alice vielleicht zehren kann und kann dann aufgrund dieser Intuition das, was sie spürt, vielleicht ein Bauchgefühl, was sie da verspürt, wenn sie Neville anblickt. Und eben, ich meine, sie hat ja keine Möglichkeiten. Ja, wir wissen nicht mal, ob sie einen Garten dürfen, geschweige denn, dass das St. Mungus Hospital irgendwie so eine Gartenparkanlage hat, sodass sie vielleicht hätte irgendwie Blumen pflücken können oder so. Also, das ist ja wahrscheinlich irgendwie nicht möglich und da, finde ich, ist das wahrscheinlich auch das Einzige, was sie hergeben kann und solange Neville das zu schätzen weiß, ist doch alles richtig gelaufen. Auch wenn dieses Spektrum, in dem Alice sich bewegen kann, super, super klein ist, wirklich minimal, ist es auch egal, was Augusta sagt, das interessiert wirklich niemanden, die ist strange. Ich finde das auch nochmal super bemerkenswert, weil Augusta und Neville hatten sich bereits verabschiedet, die waren ja schon auf dem Weg raus. Das heißt, Alice ist dann nochmal eingefallen, hey, aber ich wollte mir nochmal das Papier geben und ist dann nochmal zurück zu denen gelaufen, um es ihm zu geben. Und das ist ja schon nochmal, wirklich nochmal eine aktive Handlung, ein aktives Bewusstsein, obwohl die ja beide schon, sage ich mal, out of sight waren, hatte sie das trotzdem noch im Kopf, so von wegen, ach nee, dem muss ich noch was geben. Genau. Also, da ist auf jeden Fall noch Liebe im Spiel, sage ich. Ja, vielleicht Mutterinstinkt. Ob bewusst oder unbewusst. Alles, was wir sagen können, ist, dass Neville auf jeden Fall super stolz auf seine Eltern ist, genauso aber wie Augusta auch, die ja ihren Sohn stets in Ehren hält und immer sehr gut von ihm spricht. Und Neville ist ja auch sehr bemüht, in die Fußstapfen seiner Eltern zu treten, auch wenn es ihm ja zunächst sehr schwer fällt. Er verwendet ja auch in den ersten Jahren in Hogwarts den Zauberstab seines Vaters, was vielleicht eine nette Geste ist, aber der funktioniert natürlich bei Neville nicht so gut wie bei Frank, weil Neville ihn ja auch nicht im Kampf gewonnen hat. Und daher ist es für Neville natürlich irgendwie nochmal umso schwerer, die Talente seines Vaters zu offenbaren. Aber ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass Alice und Frank ungemein stolz auf Neville wären, wenn sie in der Lage wären, sowas mitzubekommen. Weil sie auf jeden Fall alles, was er leistet, schätzen würden. Auf jeden Fall. Sehr passende Worte, die du da gefunden hast, Antonia. Ich stimme dir zu. Die beiden werden ja auch noch Schwiegereltern von Hannah Abbott, die Neville heiratet. Und weil das ja eine relativ kurze Folge war, mit wenig Handlung, haben wir uns überlegt, wir spielen vor der Eulenpost nochmal kurz ein Spiel, was wir schon länger auf unserer Liste haben. Ich weiß gar nicht, wie sie das nennt. Assoziation? Nee, auch nicht. Telepathie. Also wir nennen jetzt quasi immer ein Thema und dann müssen wir auf 1, 2, 3 beide im besten Fall das Gleiche sagen. Quasi so lange, bis wir wirklich mal das gleiche Wort finden. Und natürlich müssen wir uns irgendwie versuchen, uns anzunähern. Also entweder geht das ja super schnell oder wir sitzen hier drei Stunden. Man weiß es nicht. Alles möglich. Wie sehr ticken wir gleich, ist jetzt hier die Frage. Ich weiß es nicht. Aber wir sagen Namen, ne? Wir sagen jetzt nicht, keine Ahnung, Zaubertränke oder so, sondern nur Namen von Charakteren. Nein, wir sagen alles. Wir sagen alles. Also es könnte sein, dass ich sage Kretze und du sagst Allraune. Ja, oder ich, du sagst Kretze und ich sage Hinterhältig oder so. Ach und jetzt sagen wir auch noch Verben? Ja, wir sagen alles. Du kannst jedes Wort sagen, was du damit assoziierst. Das ist das Assoziationsspiel. Ha! Ich glaube, wir sprechen gerade über zwei andere Spiele. Echt? Nee, also ich kenne das so, dass man zum Beispiel sagt, okay, man fängt mit dem Begriff Sommer an. Und dann sagt der eine zum Beispiel, also natürlich gleichzeitig, aber der eine sagt Eis, der andere sagt Heiß. Und dann musst du versuchen, aus Eis und Heiß wieder die gleiche Assoziation zu bekommen. Also in meinem Leben ist es viel einfacher. Wir sagen einfach eins, zwei, drei und dann sagst du Kretze und ich sage Krummbein und dann ist es nicht passend. Dann sagen wir eins, zwei, drei. Dann sagst du Serious und ich sage James und dann ist es immer noch nicht passend. Aber warum sagt man denn bei Kretze und Krummbein, warum sollte ich da James sagen? Einfach, weil die Runde dann geloscht wird und man einfach von vorne anfängt. Ach so, ja, aber dann findest du, nee, du musst dich ja schon vom Thema her annähern. Ja, du leitest mich einfach durch, weil ich das nicht so ganz verstehe. Aber du musst es ja schon ähnlich sehen, weil man muss schon versuchen, dann thematisch auf selbe Wort zu kommen. Ja, da müssen wir jetzt mal ausprobieren, ob das funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Ja, dann machen wir erst eine Runde nur mit Namen und wenn das zu leicht ist, können wir ja noch überlegen, das auszuweiten. Ja, genau. Okay, weil ich glaube, es ist spannender, wenn man ein weiteres Feld hat. Also sagen wir als Oberthema Harry Potter oder was? Ja, genau. Das erste Thema wäre dann jetzt Harry Potter und dann sagen wir jetzt eins, zwei, drei und dann sagen wir jeder Namen. Aber ich muss kurz in mich gehen, um einmal kurz zu denken. Zählst du? Ja, ich muss erst, ich muss, ich bin so über, I'm so overwhelmed von diesen Gedanken gerade. Okay. Eins, zwei, drei. Voldemort. Arthur Weasley. Was? Hast du Voldemort gesagt? Warum sollte denn Arthur Weasley als erstes an Harry dran sein? Okay. Die müssen doch nicht nah dran sein. Ich habe assoziiert mit Harry Potter. Das, was mir in den Kopf gekommen ist, war Arthur Weasley. Das erste, was dir in den Kopf kommt bei Harry Potter ist Arthur Weasley. Weiß nicht, ich habe an den gedacht. Das war intuitiv. Also Ron, Hermine, Dumbledore, das waren so meine Ersten. Nee, ich habe, ich habe noch kurz an Bill gedacht, das wollte ich aber nicht sagen. Ich war sofort bei den Weasleys. Okay, wir kommen uns auf jeden Fall niemals näher. Also wir haben jetzt gerade Arthur Weasley und Voldemort. Sind wir immer noch bei Namen? Das war ja deine Idee. Okay. Ja, oder nicht. Also jetzt bin ich komplett verwirrt von deinen Spielregeln. Ich bin auch verwirrt. Wir machen jetzt einfach hier weiter. Wir probieren das jetzt. Also wir haben jetzt Arthur und Voldemort. Habe ich das richtig verstanden? Ja, und jetzt müssen wir sagen, was wir damit verbinden. Ja, ist ja easy. Wieso ist das easy? Ich bin gespannt. Komm, wir machen das jetzt einfach. Ja. Eins, zwei, drei. Ron Weasley. Lucius Malfoy hasst Arthur Weasley und er ist ein Todesser von Voldemort. Was hat Ron mit Voldemort zu tun? Ich werde bekloppt. Nicht dran gedacht. Nicht dran gedacht. Okay, wir haben jetzt Lucius Malfoy und Ron Weasley und das ist jetzt wirklich super leicht am Balea. Eins, zwei, drei. Draco Malfoy. Okay, thank God. Wir haben es geschafft. Eigentlich ist es wirklich nicht so schwer, glaube ich. Mit mir schon. Aber ich finde es schon witzig. Ich glaube, wenn man da wirklich einmal drin ist, kann es wirklich witzig werden. Aber man muss es, glaube ich, ein bisschen ausweiten auf nicht nur Namen. Ja, dann probieren wir es einfach beim nächsten Mal nochmal. Genau. Also ich glaube, ihr habt das Konzept verstanden. Und vielleicht habt ihr Lust, dass wir das nochmal spielen. Wenn wir eine kürzere Folge haben, könnt ihr uns ja mal in den Kommentaren rückmelden. Genau. Und ihr könnt das Spiel natürlich auch mal zu Hause durchspielen und eure Erfahrungen für dieses Spiel teilen. Vielleicht haben wir noch einen Knick in der Optik bei den Regeln. Genau. Ja genau. Sagt uns mal, wie ihr das spielen würdet. Ob nur mit Namen oder mit allen Wortarten. Oder ob man es intuitiv macht, so wie ich, ohne dass man versucht, sich anzunähern und hofft, dass man einfach gleich tickt ab einem gewissen Zeitpunkt. Sagt es uns einfach. Es ist spannend. Ja, ich habe euch aber natürlich noch eine Eulenpost mitgebracht und zwar diesmal von YouTube. Und zwar hat Alpenpanorama24 uns gefragt, wann habt ihr euch eigentlich das letzte Mal persönlich getroffen? Oh. Weihnachten. Ja stimmt, wir wollten uns einmal nochmal zwischendrin treffen, aber dann waren mal wieder krankheitsbedingte Gründe. Genau. Ja, stimmt. Weihnachten haben wir uns gesehen. Also wir treffen uns, würde ich so sagen, alle paar Monate mal, mal unregelmäßiger, mal regelmäßiger. Ja, weil alle wissen, dass wir nicht in der gleichen Stadt wohnen und auch leider nicht im gleichen Bundesland, sodass so hin- und herfahrten meistens irgendwie geplant sein müssen. Ja. Aber zu deinem Geburtstag sehen wir uns auf jeden Fall. Ja, genau. Der ist ja im April. Weil da gibt es eine dicke, fette Party. Genau. Das ist ein guter Anlass, um sich zu treffen. Aber eigentlich immer, wenn einer von uns in der Nähe vom anderen ist, schauen wir mal vorbei. Und manchmal, wenn es nur eine Stunde ist, auch okay, aber wenn es länger ist, auch gut. Genau. Das muss man so nehmen, wie es kommt. Und wir haben jetzt ja so überlegt bei dem nächsten Harry-Potter-Quiz. Ja, genau. Das machen wir auch wieder zusammen. Ja. Und theoretisch haben wir auch sowas wie eine Brieffreundschaft, wenn ich dann nachher auch mal weiter zurückschreiben würde. Ich habe schon lange keinen Brief mehr bekommen. Ja, vor allen Dingen, meine Eltern haben mir zu Weihnachten noch so ein Wachsset geschenkt von Ravenclaw, weil ich ja Ravenclaw bin. Und wo man so Briefe, ihr wisst, wo man so Briefe zumacht mit diesem Wachsding, Star-Siegel, bla bla. Genau. Und dann meinte Antonia noch so, ja, dann kannst du mir ja mal wieder einen Brief schicken. Du bist ja auch dran, weil Antonia hatte mir zuletzt eine Hedwig-Karte geschickt. Stimmt, diese Postkarte. Genau. Das heißt, ich bin dran, ich bin mit Wachssiegel dran und ich habe es leider nicht geschafft. Nicht schlimm, dann ist der nächste Brief eine größere Überraschung. Ja, genau. Ich sage dir auf jeden Fall auch nicht, wenn ich es losschicke, damit es wirklich eine Überraschung ist. Genau. Aber ich muss jetzt einfach noch mal dazu sagen, ich finde es schön, weil eine Freundschaft basiert ja auch nicht unbedingt immer darauf, wie oft man sich sieht. Und ich meine, wir haben natürlich jetzt das Glück, dass wir uns wirklich jede Woche mindestens einmal sprechen. Ja, das stimmt. Und zwar, wie ihr euch vielleicht denken könnt, auch vor und nach der Aufnahme noch immer eine gewisse Zeit. Und ich glaube, wir hatten noch nie so viel Kontakt wie jetzt, außer natürlich, als wir uns jeden Tag in der Schule gesehen haben. Genau. Aber seitdem wirklich sehr intensiv und ich finde es schön und ich muss einfach noch mal dazu sagen, irgendwann kommt man in ein Alter, da muss man sich nicht mehr jeden Tag sehen. Und es ist trotzdem genauso schön wie früher oder fast noch schöner. Ja, und ich genieße das auch total. Ja, vor allem, weil gerade auch unsere Freundschaft sich nicht so groß verändert hat. Also wir reden noch immer über den gleichen Quatsch und wir haben unfassbar viele Insider, die wir bei Bedarf auspacken. Und deshalb hat sich so diese Dynamik eigentlich gar nicht so krass verändert. Ja, stimmt. Ich bin vielleicht nicht mehr ganz so, ich gehe nicht mehr ganz so schnell an die Decke wie früher bei Quatsch. Ich dafür umso mehr. Was so ein bisschen die Spannung da so von mir rausnimmt. Und man, ich weiß nicht, ist es allgemein so ein bisschen lockerer geworden, weil man mit dem Alter natürlich auch an Reife zulegt und man dann über gewisse Sachen auch gut hinwegschauen kann. Ja. Ich werde ja jetzt 30, ich bin jetzt vom alten Eisen. Ich kenne mich jetzt aus, ich kann jetzt Lebensweisheiten weitergeben. Du sprichst aus Erfahrung, ich komme ja erst in das Alter. Ne, eben, also du bist ja noch, bist ja noch Spundjungen. Ja, genau. So ein Quatsch. Ja, egal. Aber ich finde das auch super. Ich würde das jetzt gerade nicht missen wollen. Ne, aber ich freue mich trotzdem auch, dich das nächste Mal nochmal zu drücken in persona. Yes. Bald ist es soweit. Aber man darf auch nicht vergessen, wir sehen uns ja trotzdem immer bei jeder Aufnahme, weil wir facetimen. Das heißt, wir sehen uns ja tendenziell schon, nur halt eben online. Na, außer einer von uns hat keinen Akku mehr, dann kann das auch schon mal passieren. Ja, jetzt aktuell gerade durch das Akku-Problem nicht, aber das könnt ihr dann in den Outtakes nachhören. Genau. Naja, aber wir freuen uns, wenn euch die Folge gefallen hat und dann hören wir uns ja auch schon nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Genau, ich freue mich schon auf euch. Genau, macht's gut. Tschüss. Und weil es so lustig war, hier noch ein paar Outtakes. Dein Mikro ist so laut, es kratzt so in meinem Ohr. Echt? Wo ist denn der Mikro-Teil von deinem? Ach so, das ist hier unten. Deshalb höre ich dich auch so schlecht. Jetzt fällt mir mein Ohr ab. Jetzt? So besser? Ja, aber erst muss ich dich leiser drücken, weil sonst ist mir das zu laut. So, jetzt ist es besser. Okay. Nein, jetzt ist es gut. Ähm. Ähm. Doll. Was ist das für ein Wort? Und warum hat mein Pages entschieden, dass das besser ist als das Wort, was ich getippt habe? Hier steht, bedeutet, umschmeicheltest, um, also als Superlativ, das Umschmeichelteste. Und dann. Ich habe schon ein Problem mit Superlativ, aber ja, okay. Und dann langer Boden. Das war doch kein Sinn. Doll. Sind wir schon bei ihrem Aussehen? Ich weiß jetzt nicht, was du noch nach Longbottom noch erwartet hast beim Namen, aber. Weiß ich nicht, genau. Weiß ich nicht. Sind wir jetzt beim Aussehen, würde ich sagen. Du bist immer für die Überraschung gut. Ja, das stimmt. Doll. Beim, ich habe mir auch wieder, manchmal bin ich auch so ein bisschen blöd. Ähm, egal. Doll. Ich glaube, Nastikbälle hatten die Zauberer wahrscheinlich jetzt auch nicht, deshalb konnte sie sich jetzt da nicht drauf sagen. Die ist so in der Luft gebounced. Ja, super. Doll. Okay, wir machen noch eine Runde noch mit Namen und dann machen wir mal meine Version, weil das ist schwer, glaube ich. Okay, aber ich muss gleich irgendwann mal laden. Ja. Habe ich dich weggeklickt? Antonia? 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 Antonia ist weg. Klassiker. Während Amber ihr Ladekabel sucht, ist mein Handy einfach schon mal ausgegangen. Weil, äh, ich hatte nicht bedacht, dass ich mein Handy auch laden könnte. Klassiker. Ich lege jetzt einfach auf. Tschö. Aber jetzt gleich sind wir soweit. Kann sein, dass Antonias Akku leer gegangen ist. Habe ich nicht letztens noch erzählt, dass mein Handy ständig ausgeht und, ähm... Alles ist möglich hier. Ja. Deswegen wir ständig pausieren müssen. Ja, das ist jetzt mal wieder so. Amber, I'm so sorry. Mann, mein Handy lädt nicht. Es tut mir so schrecklich leid, Leute. Doll. Und dann ist es jetzt schon Weihnachten. Jetzt ist Dezember. Ah, ja, jetzt ist Dezember. Wir nehmen gerade so früh ab. Jetzt ist März. Das heißt, das heißt, doll. Deshalb, wir kommen schon auf unsere, auf unsere See-Zeit. Das sagt man so, warum nicht, ne? Nein. Aber nicht so schlimm. Doll. That's it. Ach so. Ich dachte, da käme jetzt noch was. Aber das ist dann, ja. Das war, ja. Vielen Dank.